Hast du meinen Lippenstift geklaut? Was ist das? Das ist ja eklig. Wie kommt das in unser Auto? Schöne Frau wie Sie. Nicht gut, weil alleine. Warst du bei einer Nutte? Also bitte. Sag mal, spinnst du eigentlich? Weil ich habe nichts gemerkt. Kennst du mich noch? Mann mit Sandwich, ja. Ja. Ich gebe Ihnen 200 Handenbevote. Was passiert, wenn du dann hier Männern bist? Was denkst du? Ja. 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 Ja.